Russland hat am frühen Sonntagmorgen einen der schwersten Drohnenangriffe seit Monaten durchgeführt. Insgesamt wurden 54 Kamikaze-Drohnen gemeldet, 52 konnten abgeschossen werden, so der Pressedienst der ukrainischen Luftwaffe. Die Attacke galt hauptsächlich der Hauptstadt Kiew. Dort sollen zwei Tote und drei Verletzte zu beklagen sein. Der letzte Sonntag im Mai ist der Feiertag, an dem in Kiew die offizielle Gründung der Ukraine vor 1541 Jahren gefeiert wird. Сегодня наша держава пришла через одну из наибольших российских Атак-Шахедами одночасно. 54 Дроны. Майже всі вони збиті. Майже. На жаль є влучання на Житомирщині. Зробимо все, щоб допомогти, щоб відновити зруйноване. Üblicherweise wird der Feiertag in Kiew mit Straßenfesten und Konzerten und besonderen Museumsausstellungen begangen, die auch für dieses Jahr geplant sind, allerdings in kleinerem Rahmen. Der ukrainische Президент Volodymyr Selenskyй стуfte den Angriff mit Waffen aus iranischer Produktion als terroristisch ein.